So, hallo und herzlich willkommen. Heute ein neues Video und zwar gibt es heute ein Giveaway für Dead Matter. Die Closed Alpha wird ja in vier Tagen starten, wie ihr seht. Wir sind hier auf der Homepage. Wenn ihr auch, abgesehen von dem Video oder von dem generell, euch das Spiel kaufen wollt, geht einfach auf kiisoftware.ca. Link werde ich in die Videobeschreibung natürlich reinpacken. Und geht hier rechts oben auf Store. Da könnt ihr die verschiedenen Pakete kaufen. Da steht immer dabei, was ihr für Vorteile habt oder wie auch immer. Wenn ihr zum Beispiel mit einem Freund zusammenspielen wollt, würde ich dieses Paket kaufen, weil es halt günstiger ist. Wenn ihr allein seid, könnt ihr das Paket kaufen. Und ja, das Game, ich bin mega hyped auf das Game auf jeden Fall. Ich freue mich übertrieben, dass es jetzt rauskommt. Ich habe auch schon, also damals, wo das auch zu backen war, habe ich auch schon gebackt. Und habe es dann eigentlich auch ehrlich gesagt irgendwann ein bisschen aus den Augen verloren, weil es halt natürlich ziemlich lange alles gedauert hat. Aber ich habe die Hoffnung oder ja gut, wie viele andere wahrscheinlich auch die Hoffnung, weil ja relativ viel halt auch Survival Games jetzt rausgekommen sind, dass es auch vielleicht das eine Spiel ist, das mal wieder die ganze Szene ein bisschen pusht und nicht so total 0815 wird. Da bin ich mir eigentlich auch relativ sicher, dass es nicht 0815 wird. Aber ich hoffe auch, dass es eben die Erwartungen halten kann, was alle an das Spiel halten und dass auch entsprechend die Playerbase gut wird und nicht direkt das Spiel wieder aussterben wird. Hat man leider jetzt auch schon einige Male mal gesehen, wo auch das Spiel echt eigentlich gut aussah, aber dann in der Praxis einfach nicht so gut war. Genug Geplabbel. Ich habe auf jeden Fall extrem positive Hoffnung auf das Game. und wie gesagt, es geht los in, am Donnerstag geht es los, vier Tagen. Ich habe jetzt hier, also ich habe jetzt gesagt, ich würde auf jeden Fall ein, eins, auf jeden Fall Giveaway in dem Video. Also kommentiert einfach hier unter dem YouTube-Video, gebt natürlich dem Video auch einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, damit ihr auch keine weiteren Videos verpasst. Dann werde ich einmal das verlosen quasi. Also ihr kriegt dann am Donnerstag, werde ich auf jeden Fall direkt schon ab morgens Livestream und das Spiel auch eben spielen natürlich, sobald es möglich ist. Und da werde ich im Livestream dann quasi, beziehungsweise unter dem YouTube-Kommentar werde ich schon kommentieren dann, also am Donnerstag früh, wer das dann gewonnen hat. Derjenige kann dann antworten mit seiner E-Mail und dann kann ich ihm den Code zuschicken. Und hier, das ist meine damals gekaufte, das ist jetzt lustigerweise, ich habe mich gerade irgendwie neu angemeldet, aber irgendwie hat er es erkannt. Dieses damals, ich weiß ja nicht, wann das gebackt wurde, vor drei oder vier Jahren hat es ja angefangen. Ist jetzt halt das Datum von heute, weil ich mich jetzt irgendwie gerade nochmal angemeldet habe, blicke ich nicht, aber es ist auf jeden Fall da und es ist auch gut, weil es wäre ärgerlich, wenn nicht. Und das habe ich mir jetzt eben nochmal gekauft. Also das ist jetzt Access for You and a Friend. Also im Endeffekt ist jetzt das, was ich auf YouTube vergebe, ist an einen Friend quasi. Ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie so triggerig ist und ich hier nur für meinen Account dann quasi zweimal den Zugang habe und zweimal für einen Friend. Also hier, das ist halt eben für einen Mate von mir, weil wir das dann zusammenzocken werden. Und ich habe hier halt die Hoffnung, dass ich hier auch nochmal zwei habe, wo ich dann einen quasi in YouTube auf jeden Fall rausgeben kann an den Friend. Und ich hoffe, dass es halt nicht so ist, dass ich jetzt, was ich jetzt quasi für mich hier nochmal gekauft habe, dass ich das halt auch noch rausgeben kann im Livestream dann im Laufe des Tages. Ich hoffe, dass ich das dann auch noch verlosen, wenn es so funktioniert. Aber wie gesagt, eine Version wird auf jeden Fall unter dem YouTube-Video, das ihr jetzt gerade anschaut, verlost, damit ihr vielleicht auch, wenn ihr sagt, oh, ich habe gerade das Geld nicht dafür, ich will es aber auf jeden Fall zocken, damit ihr eben auch eine Chance dafür habt. Und natürlich auch ein kleines Dankeschön für den ganzen Support. Und ja, schaut auf jeden Fall auf meinem Livestream-Kanal vorbei, twitch.tv-hangemaolive. Die Link ist auch in der Videobeschreibung, könnt auch gerne schon mal ein Follow da lassen. Da wird auf jeden Fall der Stream dann am Start sein, Donnerstag, sobald es möglich ist. Und da wird dann, wie gesagt, einmal unter dem YouTube-Video eins verlinkt und einmal im Livestream dann wird dann für Giveaway. So, hier ist, wie gesagt, für mich und Mate, wir werden zusammen spielen. Und sonst, also, ja, ich bin gehypt. Schreibt auf jeden Fall einen Kommentar auf dem YouTube-Video, was ihr euch von dem Spiel erhofft oder auf was ihr euch am meisten freut. Und unter den Kommentaren werde ich das dann auslösen. Natürlich einen Daumen hoch geben, abonnieren. Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne auch in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.